R E W R M S I D O Yo meine lieben Freunde was geht? Schaut mal wer hier ist! Hallo na? Ey wir haben uns seit letztem Jahr nicht mehr gesehen alter Das stimmt tatsächlich Das ist ein Wahnsinn oder? Das ist ein Jahrzehnte her Digga Palle Aber ich hab dir was mitgebracht Was denn? Ja Pfeffer Ja mach mal hier Mach ich n bisschen? Nicht in die Augen Alter Boah ich hab's echt in den Augen So jetzt bin nämlich ich dran Jetzt kann ich n bisschen bauen So Leute Ich hoffe ihr seid gut Reingerutscht ins neue Jahr Ganz schöner Stream Was ist denn los? Tu's ja grad so als hätte jemand Pfeffer ins Gesicht gestreut Balle und ich spielen wieder ne Runde Master mit das Leute Und es geht heute um einiges Leute Denn es geht um die Goldene Creeper Medaille Ist nicht Gold Es geht um die Creeper Medaille Oder ist Weiß Gold Es ist doch auch Alter es ist sehr wertvoll Palle Es ist sehr wertvoll Boah Junge meine Augen brennen Dankeschön dafür Ähm ja wir werden jetzt eine Runde Masterwetter spielen Leute Ihr habt lange nicht mehr gesehen von Palle und mir Ich dachte mir es wäre einfach nochmal eine Zeit Dass wir gemeinsam hier nochmal ein bisschen durchrasieren Alter du hast richtig geile Zeit hier oder? Du hast richtig viel Spaß Oh nein Oh nein Wir haben auch nochmal eine Folge Mario Party aufgenommen Am lieben Palle Die könnt ihr euch auch mal angucken Boah geile neue Arena Guck mal hier Alter Uuuuh Ist das die 2018er Arena? Alter wir haben ja richtig hier reingebuddert Okay Und was ist Pine-Kuhn? Pine-Kuhn? Ja Alter wie soll ich denn einen Tannenzapfen bauen? Ich weiß wie Oh mein Gott Okay ich hab schon ne Idee Ich hab schon ne Idee Okay Palle Zwei Minuten Jeder von uns zwei Minuten Zeit Okay ja klar Also ich hab wieder zwei Minuten Zeit die ganzen zu verkacken Nein 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 du hast zwei Minuten Zeit das komplett aufzuwerten Weißt du? Ah okay Palle 2018 neues Jahr neues Glück du weißt dieses Jahr wolltest du komplett durchrasieren bei Master Builders weißt du? Wieso denn dieses Jahr? Ja letztes Jahr war jetzt nicht so Ich war super klasse letztes Jahr Ja also hier vielleicht nochmal ein kurzer Ausschnitt aus den letzten Folgen mit Paluten Bitte mach diesen Spieler fertig Okay Mann er lässt sich so viel Zeit Okay du musst den Arm von dem Typen ausbessern Palle Okay Nein nicht mit dem Kopf ey bitte Palle nein Guck mal Alter Der sieht ein bisschen aus wie Goofy Der sieht voll aus wie Goofy wenn man hier die Haare noch bauen würde Also was ist das? Es lief nicht so gut ne es lief nicht so gut alter Palle dementsprechend lassen wir das jetzt einfach mal offen stehen Kann man das so als Tanzhaften erkennen? Das ist äh ne schöne Treppe ja Ja warte mal du musst ja auch du musst ein bisschen Fantasie haben Hier krieg ich ja auch so ein bisschen Mikrofon Hallo So schau mal hier das sieht doch schon mal gut aus oder? Ja das ist wirklich also das ist erste Sahne Erkennt man echt Also das ist wirklich cremig Würde ich auch sagen Erkennt man da einen Tannenzapfen? Ne ne? Ne Gar nicht oder? Weil doch so ein bisschen schon ja Könnte Also ich wüsste selber nicht wie ich so einen Tannenzapfen bauen würde Also ich hätte da gar keine Ahnung Tannenzapfen ist aber ein schweres Wort alter ne? Es ist wirklich ein schweres Wort Ich guck grad so was du so noch auf deinem Schreibtisch hast Und? Was hab ich so noch hier auf meinem Schreibtisch? Ja ja das darf ich nicht sagen Alter kranke Scheiße Weil sonst könnten wir verklappt werden Ja Leute also ganz ehrlich ich hab ja mal geplant eine Lumetour zu machen hier im Ufo Aber wurde von der Polizei gesprengt Richtig richtig genau ich durfte nicht Palle hat mir auch ein Schreiben vom Anwalt zukommen Das hat gesagt wenn du mein Zimmer filmst du kriegst direkt ne Anzeige Ja Ich hab den Schlüssel zu deinem Raum Ich werd das AA rein machen das weißt du ne? Ja wo ist der überhaupt? Ja der 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 ähm Hast du hier ein EC-Kartenlesegerät? Ja ja Was ist das? Na das ist ein Beschriftungsgerät alter Das ist doch ein EC-Kartenlesegerät Für deine Geschäfte die du hier immer machst Richtig ich bin eigentlich bin ich nebenbei noch äh Scammer Das ist das ist leer leider Sonst hätt ich dir Sonst hätt ich dir ein paar Preisschilder ausgedruckt Weil ich hab eigentlich Preisschilder Die häng ich hier über ins Büro Printing? Er macht Geräusche Ich glaub du hast kaputt gemacht Sieht das aus wie ein Tannenzapfen Palle Nein Also ich Aber Revi was macht der jetzt? Er macht immer noch das Geräusch und sagt Printing Ja ja Da ist alles in Ordnung Okay ich mach schnell aus Ja Palle Ey lass dich jetzt hier einfach mal kommen Ja okay Endlich Ah jetzt retten wir das Sieht das nicht aus ein Tannenzapfen? Weiß ich nicht Also Ne Ja aber wie willst du es denn machen? Ja dafür Grün? Ja so ein Tannenzapfen hat nochmal so ein paar Ne okay Dann mach ich hier so schwarz Schwarz Und ähm Grau Alter ich versteh mal wieder absolut nicht was du machen möchtest Ach warte doch Ich hab mein Best grad gegeben ne Und der ist vielleicht auch ein bisschen Ja so Der muss ein bisschen fülliger sein So Und so Ah So ein bisschen Das ist okay Der braucht einfach ein bisschen Der braucht wirklich ein bisschen mehr Fülle Der Tannenzapfen Der hat auch da noch viel mehr was so an den Seiten ist Ich hab lang keinen mehr in der Hand gehabt Alter Ich war lange nicht mehr draußen musst du wissen Warum? Weiß ich nicht ich hab Angst Gerade ist da draußen Sturm Es ist wirklich Sturm Das ist richtig krass dementsprechend Ich bin fast weg geflogen Echt jetzt? Ja Ich hab keine Nadeln mehr Der muss unten Weil der ist Oder ist der in der Mitte immer ein bisschen dicker? Oder wo ist der ein bisschen dicker? Palle ich glaub du hast grad alles kaputt Nein ich mach nicht alles kaputt Das hat super gut angefangen Palle aber jetzt ist es grad echt Hör doch bitte auf Wieso denn? Doch Nein der ist wirklich Wir hatten noch die Bühne Na quatsch das geht überhaupt Nein ich hab doch noch ne Minute Warte doch Das ist doch Das ist doch jetzt kein Tanzsapfen mehr Doch natürlich Ey jetzt mal ganz ehrlich Ja aber der ist ja Das ist ja von der Natur Oh nein Das ist ein Das ist von Nature Och man Ne also ich muss dir ganz ehrlich sagen Der sieht wirklich gut aus Das sieht doch nicht aus wie ein Tanzsapfen Na klar Jetzt nicht das Holz zubauen Das sind doch die Nadeln alter Ja die Nadeln sieht man doch auch noch Was ist das für ne braune Masse der ist voller Der ist Der ist Ne komm lass mich nochmal hier 30 Unglaublich So kriegst du nicht die Kleberkette Ne du machst da was kaputt Ein schöner Tanzsapfen Alter ist das eine Missgestalt Palle Das ist keine Missgestalt Guck mal wie das aussieht Ja wie ein Tanzsapfen Das sieht doch nicht aus wie ein Tanzsapfen Hier wird jetzt ein Bild von Tanzsapfen eingeblendet Alter wobei Ja Ja wenn du mal von Du musst auch das ganze sehen Oh Gott ist deine Stimme laut wieder Unglaublich Ja Astrein Man könnte schon ne Mega Guck mal das ist kein Tanzsapfen Was wirst du da geben Da gibts nur Mein Isterbeating oder Boo Nein nein Mäh Findst du es trotzdem noch akzeptabel oder was Ja Ich weiß ja nicht Alter ich find es echt nicht so schön Muss ich jetzt ehrlich sagen Ja aber ich bin Gönner Ja Man muss auch gönnen können Von McLean alter ist ein neuer Rapper kennst du McLean Ja 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 Einer der Einer der Ja Ja Au Ja It's okay oder Ja it's okay Also ich weiß ja nichts Das Problem ist dass die Tannenzapfen genauso groß sind wie der Baum Ja das ist das ist ja ne Art Tschernobyl Die wachsen das so weißt du Oh Mika Chika Oh Mika Chika Hassai Hä Also tut mir leid Palle Was sagen wir da was sagen wir da Was sagen wir da Oh Miser Bleeding Miser Bleeding Selber Schuld Junge Selber Schuld ganz ehrlich das sieht richtig scheiße aus Richtig reingekackt einfach Und wie lange ich kein Master Builders mehr gespielt habe Alter Wahnsinn Das ist schon Jahrzehnte Palle meinte gerade lasst doch mal zusammen eine Runde Master Builders spielen Die sind direkt Nostalgiegefühle hochgekommen Leute Ich habe mich direkt gefühlt wie Obama Obama im Youtube Haus It's okay Ne ne Eigentlich ein Mäh oder Eigentlich ein Mäh Ja Ja doch eigentlich ein Miser Bleeding Macht ja gar keinen Sinn was der hier gebaut hat ne Also vor allen Dingen im Hintergrund dass wir jetzt bald mit unserem Tannenzapfen Ähm Was steht hier auf dem Schild Hier drauf treten Oh Klappt ja nicht Perfekt nicht mal das wir da hinbekommen Können von mir sein Eine herbe Enttäuschung für die Eltern auf jeden Fall der Junge Kann man nicht anders sagen Hey Ja Oh Alexi Lass doch dein Ziel erreicht Oh Alter Wow Wow Was Wow Wie krass OMG Das ist wirklich krass Alter der ist heftig man Boah Alter 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 Ich könnte übernicht ihn heiraten Wow 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 geil Okay wir sind schonmal nicht explodiert Ich glaube Palle das könnte unser krasses Win überhaupt sein Ne aber jetzt mal ehrlich unsere Konkurrenz Das ist echt also das ist echt Der ist gar nicht Der ist gar nicht Nee der ist wirklich gar nicht so schick Der kann man sogar richtig gut erkennen finde ich. Das stimmt. Das ist ganz schön eigentlich. Tannenzapfen. Kennst du das wenn die so kleben? Wenn die so richtig klebrig sind vom Harz? Ne? Ne? Ach, schade. Was ist das hier? Ich komme aus der Stadt. Bei uns gab es nur Müll. Nur Müll und Steine, Alter. Ja, wir hatten keine... Hast du keine schöne Kinder im Wald? Hast du keine Burgen gebaut mit Freunden und sowas im Wald? Ja, Burgen habe ich gebaut. Ja? Aus Müll. Ich glaube, man riecht das auch noch ein bisschen, dass du so eine Kindheit hast. Du machst das immer noch teilweise, ne? Ja, Müll ist immer eine feine Sache. Ich habe die letzten im Stadtpark in Köln gesehen, Alter. Wir haben einen Stadtpark? Ja, 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 ja. Genau. Ja, Digga. Easy, Palle! Bam, Junge! Sehr geil, Leute. Kein Problem. Glattrasur, das Video ist nicht mal zehn Minuten lang. Ja, schade. Egal, Leute. Ist ja auch Januar. Lohnt sich eh nicht. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, was auch für diesen wunderschönen Part von Minecraft Master Builders... Schaut auf jeden Fall bei mir ein paar Looten vorbei. Das ist wieder absolute Spitzenklasse, die wir hier gebracht haben, Leute. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, das war's von diesem wunderschönen Part. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao! Ciao, ciao!